Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Geld regiert die Welt. Aber wer regiert das Geld? Dies ist ein Vortrag und Diskussionsabend zum Geldsystem. Mit Dr. Ottmar Brigitta und Günther Gunkel-Pahl. Diese zweiteilige Videoserie ist ein Live-Mitschnitt vom 15. Juni 2015 im Müllnerbräu in Salzburg. Gleichwohl fast alle Menschen es nie zulassen würden, das Wasser profitgierigen Konzernen zu überlassen. Wissen die meisten nicht, dass die Gelderzeugung zu 98% privatisiert ist und von Banken als Geld aus dem Nichts, Buchgeld, ausschließlich als Kreditschuld erzeugt wird. Die bizarren Auswüchse unseres Geldsystems zeigen sich bei den Staatsschulden. Der Staat rettet die Banken genau mit dem Geld, das er zuvor von ihnen als Kredit aufnahm. Und er zahlt seine bei Kreditinstituten aufgenommenen alten Schulden plus Zinsen mit neuen, höheren Schulden zurück. Dr. Ottmar Brigitta sieht diese Geldsystemfehler als Hauptursache aller Finanzkrisen an. Sie führen immer zu einer schleichenden Enteignung von 70 bis 90% der Menschen. Genau dies wird derzeit in allen Medien weltweit diskutiert. Wobei die Ungleichheit bei Vermögen noch durch jene bei Einkommen verstärkt wird. Geniale Videobeiträge deutscher Kabarettisten lockern die wirklich harte Kost auf und tragen zur Aufklärung und zum Verständnis bei. Lösungsansätze bilden den Abschluss des sicher nicht alltäglichen Programms. Im zweiten Teil dieser zweiteiligen Videoserie debattiert Dr. Ottmar Brigitta mit Gunkel, den Mann, der eh alles weiß, locker drauf los. Ihre Argumente wogen hin und her. Und nach zwei bis drei auf im Runden, binden sie das Publikum gekonnt mit ein, das schon mit zahlreichen Fragen brennend darauf gewartet hat. Beide freuten sich auf diese rege Teilnahme und der lebendigen Debatte. Und nun sind auch Sie herzlich dazu eingeladen, diesen Abend in diesem zweiten Video mitzuerleben. Viel Vergnügen! Güte und ich unterhalten uns ein bisschen und dann schön langsam wenden wir uns Ihnen zu und nehmen Sie uns bei Wort. Sie dürfen alles fragen, wir werden sicher nicht alles beantworten können. Günther, ich glaube an den Aufstand des Gewissens, hat er schon ziemlich einmal gesagt. Jetzt wenn wir hernehmen die steirischen und die urkämtlichen Wahlen, jetzt war es eine inwieweit das Gewisse überhaupt nur eine Rolle spielt. Was meinst du? Ja, ich glaube, dass wir von in nächster Zukunft oder in dieser Generation ganz wahr werden, den Aufstand des Gewissens jetzt flächendeckend und die Wirklichkeit, wie Sie jetzt kennen, hinwegfegend in der Welt zu haben. Das wird so geschwind, glaube ich nicht. Aber ich denke auch, dass es irgendwann lustig ist, dass wir leider sagen werden, na, Freunde. Ich habe jetzt eine Idee, eine Hoffnung auf die Zukunft, weil ich bin manchmal in den Schulen und spült durch mein Programm und dann mal so Fragen stellen und dann sind sie geschrocken, die sind zwischen 14 und 18 und ich stelle dann Fragen und ich bin mir eigentlich in kein Präampe, aber ich denke mir dann, ich war ja auch einmal 16 und ich war mit 16 nicht auf diese Fragen gekommen, die Jungen, die sind so gescheit und so triffig, die Kids, die Jungen, aber also in die hege ich Hoffnung. Und es ist so, dass ich die, 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 es ist einfach Entwicklungsgeschichte in der Menschheit, es ist so, dass die, in unserer Kultur, dass die neue Generation, die das Anteil immer in Opposition zu bestehen bringt, um sich selbst zu manipulieren, das ist aber so. Und wie es ausschaut, wird es semantisch immer schaumiger, da wird es immer weniger da, wo man sagt, da ist jetzt was dagegen, lege ich mich auf. Und meine Hoffnung ist, dass irgendwann mal eine Generation in der Welt steht, diese Umschau und sie denkt, Alter, da ist ja gar nichts. Das ist, also wir bringen uns jetzt in Oppositionsmix und machen was. Und das ist ja eine Hoffnung, die ich erhebe. Und bei dem haben wir auch schon wieder, wie die Kinder jetzt drauf und verraumsanden, wie tätig und wie unsichtig, wie ein Sammix und mit anderen habe ich durchaus Hoffnung, dass es passieren wird. Es wird wahrscheinlich nicht, oder auch nicht, nicht von heute auf morgen mit Gewalt passiert, sondern auch vor Ort durch die Ablöse des herrschenden Welt- und Menschenbildes. Weil wir haben jetzt momentan ein Menschenbild, das ist betrüblich. Also ich lobe ja ungern das Alte über das Neue. Mit Flühe war alles besser. Also das ist immer ein Beweis dafür, dass einer ein Hünder im Flüten hat. Wenn er sagt, Flühe war alles besser, dann heißt es, der hat sich wohl so dorsch war, vergessen von den Personen, die sich heute mal überhündet haben, die sagten, die waren super und heute kennen wir sich auch nicht aus, deswegen ist das schlecht. Obwohl es in einer Art der Hose ist, dass es ausgehen kann. Gut, so. Wo wollte ich raus? Ja, das Menschenbild. Weil es ist nämlich nicht nur das, was passiert, sondern dass es passieren kann und dass es Akzeptanz findet. Und in der Werbung, die ist ja immer sehr frei in der Gestaltung und in der Werbung darfst du always sagen, was du willst, haupt, so es geht ein. Das heißt, dass einer auf das kommt und es wirklich eine geht, wirft einem ein sehr glückliches Licht auf die Welt, in der wir jetzt leben. Nämlich, ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit, da wäre es unmöglich gewesen, dass du in der Werbung eine Vorbildfunktion, jemanden präsentierst, der sagt, ich habe doch nichts zu verschenken und ist der Leibander. Wenn der Satz, ich habe nichts zu verschenken fällt, dann ist es irgendwas ganz Arsch. Weil entweder ist es ein wirklich armer, armer Mensch, der mir zu helfen muss, oder es ist ein riesiges Arschloch, den man als Weltwahrer macht. Aber es ist ein wahnsinnig. Also daran werden wir arbeiten müssen. Und ich möchte Ihnen eine kurze Anekdote erzählen, weil es wirklich wahnsinnig ist. Weil man fragt sich, Also wir haben jetzt vorhin über die systematischen Grundlagen sehr viel und sehr eindrücklich und eindringlich gehört, was da jetzt genau passiert. Und dann hat man irgendwo so, als Mensch wirft sich die Frage auf, naja, das machen ja Menschen. Weil irgendwo sitzt ja dann doch einer und unterschreibt das oder das. Und was sind das für Menschen? Da gibt es mal eine interessante Untersuchung, das ist wahnsinnig. Was sind das für Menschen? Es gab eine Untersuchung, da hat man von den sehr, sehr großen Firmen und Companies die Führungskretze eingeladen zu einem Fragebogen, dicker Fragebogen. Und es ist so, es gibt Menschen, die haben kein Mitgefühl. Die sind Soziopathen, die sind also gerichtlich nicht schuldfähig. Und man sagt, ja, das ist weiter, der hätte den wegsperren, aber einsperren brauchst du den nicht. Also den darfst du nicht von der drei große Soziopathen. Die bringen anderen Menschen Dinge, fühlen denen bei, das ist kaum auch gesondert, weil er einfach fühlt, den Schmerz, den er verursacht. Und es gibt ja Menschen, die haben das nicht. Bei denen ist im Hirn der Bereich weg. Und die sind heißen Soziopathen. Das sind wirklich ganz gefährliche Menschen, weil der nicht appellierbar ist. Du musst doch verstehen, nein, er versteht es nicht. Er fühlt doch nicht das so. Und da hat man, es gibt, um diese Menschen auszugehen, zwar gibt es einen 100 Fragen, umfassenden Fragebogen, wo man dann feststellen kann, ob der Strafticht, den man gefasst hat, ob das ein Soziopath ist oder nicht. Mehr oder weniger. Aber so kann man dann eben, den Gertekleischock, den muss man nicht ins Fremes, sondern in ein Spedol, aber durch den Gefäßte einsperren. Das geht nicht. Der ist nicht trakender Mensch. Und dann hat man die Führungskräfte von großen Unternehmen eingeladen und hat einen 600 Fragen, umfassenden Fragebogen verabreicht, damit ich überbreite. 500 Fragen, die man in jedem Fragen muss in jedem Fragen auch umfinden. Und in diese 500 Wurscht-Fragen hat man, damit es nicht auffällt, in der Osterfüttung, die 100 Fragen aus dem Fragenkatalog eines mischt, wo man dann feststellen kann, ob man so ein Soziopath ist oder nicht. Und bei der Auswertung hat man die 500 ungesagten Fragen unbeachtet gelassen und hat sich dann nur angeschaut, was haben die Führungskräfte, die CEOs und Top-Mens, die Führungskräfte, die Wirklichkeitsgestalter, die Wirtschaftslenker. Was haben die Leute, die wirklich sagen, was passiert? Was haben die, auf die 100 Fragen aus dem Soziopathen-Pathilog geantwortet? Und herausgekommen ist, dass fast 80% davon Soziopathen sind. Also das sind Menschen, die sind nicht so wie wir. Interessanterweise hat man den selben Versuch mit Strafgefangenen, also mit rechtskräftig vergurteigten Straftäter und die haben besser abgeschnitten. Okay. Von Soziopathen, es gibt da noch ein anderes, also bleiben wir da ein bisschen beim Gewissen. Ich weiß, Günther, du hast da auch, jetzt muss ich ein Geheimnis ausbauen, eingeladen, auch bei Biologen aus der Uni, dass du da nicht diskutiert hast. Da haben wir so ein bisschen gesprochen. Das, was natürlich uns alle betrifft, ist die letzten 30, 40 Jahre die totale Ökonomisierung aller Gesellschaftsbereiche. Also Privatisierung der Bildung, alles, was also Privatisierung der Gesundheit, wie wir wissen, amerikanisches Gesundheitssystem, ist privatisiert, kostet 17% von BIP, unser Staatlich kostet 10. Also alles, was privatisiert ist, ist nicht automatisch besser. Und bei den Biologen bringt das auch in der Wissenschaftsbereiche diese Ökonomisierung, also biologische Forschung gegen Geld, immer mehr durch. Und da gibt es ein Sprichwort, ein tolles, Wissenschaft ohne Gewissen bedeutet den Untergang der Seele. Von François Rabel, Schriftsteller. Nachdem du dort diskutiert hast, ist da noch eine Seele oder bestimmt die Goethe, wie teuer die Seele ist? Noch ist dort Seele und Gewissen, weil die müssen natürlich schon mit klarem Blick und ohne Erkenntnisleitung interessen sie auch schon, was passiert hat. Aber die Ausdeutung dessen unterliegt man schon auch den, der den Befug bestellt. Und das ist Schönung. Nur, ist ja Wissenschaft und Wirtschaftsministerium mit Zaun gelegt. Und da ist man dann ein bisschen blauäugig bei den Biologen. Also, was aber wurscht ist, ist ja halt. Wurscht welche Wissenschaft. Es ist so, Wissenschaft hat eben kein erkenntnisleitiges Interesse zu haben. Das ist nur, da kannst du Wissenschaft machen und dann kannst du herausfinden, wie was wirklich ist, wenn du nicht daran interessiert bist, was rauskommt. Du musst nur daran interessiert sind, dass das, was rauskommt, dann aber wirklich wo er ist. So, das muss stimmen. Aber sonst, der hat gesagt, ich hätte gern Fünfe und dann solltest du halt mit einer Aufwandszene in die Hand und sagst, ja, ich habe eine Brecke gehabt. Also, das musst du kurz trocken, ohne Interesse an einem bestimmten Resultat betreiben. Wirtschaft wird anders betrieben. Also, jemand, der Wirtschaft treibt und dem Resultat seines Handels genauso neutral gegenübersteht, wie jemand, der Wissenschaft betreibt, war auch kein Geschäft. Wenn er Wirtschaft betreibt, nur hast du ein Interesse daran, wie das ausgeht. Und wenn es das Wirtschaftsministerium, das Wissenschaftsministerium zaubert, und Wirtschaftler denken anders, die denken nicht resultatneutral. Ich glaube, das sind ja Wirtschaftler. Das heißt, wenn die jetzt gerade darüber verfügen, was die Wissenschaft und Resultaten zu produzieren hat, in ihrem Interesse, dann verkauft es die Wissenschaft. Und das war unter dem Wissenschaft ein Jahr umhain, und klar, kann man zusammenlegen, weil wir brauchen ja eh auch nicht Geld, wie dann ist es in Ordnung, wie es in einem Haus ist. Und dann geht es nicht, also, seltsam. Ja, das ist, gerade die Wirtschaft, die Wissenschaft, unter die Wirtschaft zu subsidiären, dann hätte man das Landwirtschaftsministerium unter das Verteidigungsministerium bringen. Das ist genauso logisch, Also das eine hat keine Robik, das andere auch nicht. Der Joseph Stieglitz, also der Nobelpreisträger, hat genau das bestätigt, was du jetzt auch so sagst, unter Biologen betreffend der Wirtschaftswissenschaft. Also es soll ja so sein, kein, ich sage einmal, Interesse, dass ein vorherseitbares Ergebnis herauskommt, sondern das, was außerkommt und außer, das ist dann die Wahrheit. Die Wahrheit, wenn sie eben einen wirtschaftlichen Zusammenhang suchen. Jetzt ist es in der Wirtschaftswissenschaft zumindest seit der Krise, ich habe da erwähnt, diese Lehmann-Pleite, die in keinster Weise irgendwas verursacht hat, auch so, dass das alles sich umgedreht hat. Also, dass nicht mehr dieses Interesse vorherrscht, sondern man biegt sich die Realität der Theorie gleich. Ich habe eine Theorie, wo ich immer das isse, und das ist jetzt meine Manifestation, also das unterrichte ich, das wäre alles in die Geschichte. Jetzt weicht die Realität entweder dann von meiner Theorie ab, und da hat der Stieglitz gesagt, also betreffend Euro-Krise zum Beispiel, betreffend der Verschuldung und natürlich auch andere Bereiche, das, was jetzt die Wirtschaftswissenschaftler machen, ist, sie biegen sich die Wirklichkeit nach ihrer Theorie. Und dann ist die Seele futsch, Ja. Und dann ist nichts mehr da. Ja, aber da ist auch das Hirnfutsch. Also, mit der Brust der Seele kann man ein bisschen überleben, aber, also jetzt, wenn man es hätte, dass man eine verfügt, also da kann man zumindest sagen, das, was du machst, ist faktisch falsch, wurscht, bist du, geht, aber das ist falsch. Aber wenn die Instanz, wo man sagt, hey, du, es gibt wirklich und falsch, und der sagt, nein, es gibt nur, wie es ist, und es ist richtig, also, das heißt, so wie ich sage, das ist die enormative Kraft des Faktischen, das Dinge nicht zur Kenntnisgenehmehung genommen werden und dann, so wie es ist, ist es oder auch nicht gut, sondern man sagt, das, was ist, ist, weil es gut ist. Also, man findet eine Welt vor und glaubt, dass alles, was ist, so ist, wird es auch so kreativ. Und es wird nach Gegenempüfen gar nicht mehr gesucht und nachgedacht. Und was für Menschen das beteiligt ist, wenn du eine tatsächliche Anekdote ist, wie das passiert. War sehr lustig. Nämlich lustig, erschütternd, weil dann fragen wir, oh, jetzt verstehst du. Irgendwann leistet er mit der Flur an der Tür, davor steht ein Mensch und sagt, der will von mir eine Lawine in Schilling. So wie interessant ist, warum? So, ja, ich habe meine Steuer nicht bezahlt. So, falsch, die habe ich bezahlt. Und er sagt, ja, na, er hat den Empfängungstitel und der muss plagiert das Geld. Moment, ich habe den Dachschein angestempelt, da steht, ich habe meine Steuer bezahlt. So, dann werden, naja, das, ja, ob es nicht, und gehen auf die Bank. Gut, wir sitzen aber jetzt dann am Hof, damals noch, Länderbank, Zentrale, und sitzen dann beim Oberchef, also Filiale, der ist es nicht, also der Direktor dieser Bank, wo der da, großes Drum, sitzen dann im Büro und der Gericht vollzieht, der Herr Bank und ich, und stellt sich heraus, also die haben meine Plasche zwar abgestempelt, aber das Geld nicht überwiesen. Das heißt, ich habe im guten Glauben, ich hätte meine Steuer bezahlt, bin heimgegangen und ich habe die Höhe gemacht, ruhig, so, so, dann ist der Fall ja klar, Sie, Herr Bank, zahlen, Sie, Herr Gewinn, und ich, Geld haben. Sagt, ich rief, so einfach wie es nicht, weil es sind Strafen gegen Phänomstich, aber die Bescheißdeck aufgelaufen, es müssen jetzt 20.000 Schillig noch bezahlt werden. Sagt, also wir halten das in Zoll, dass sie Freize in die Geld haben. Am nächsten Tag ruft mich der Herr von der Bank an, da haben, und schlagt nach fuhr, dass wir uns diese 20.000 Schillig Strafe teilen, weil ich hätte meine Kontauszüge kontrollieren müssen. So, ich habe gedacht, ich kann nicht gar nichts schmeißen, Sie verlangen von mir Kontraführungsgebühren, dafür, dass ich mein Kontraführ gezahle, die zahle ich nicht, die nehmen Sie sehr einfach. Also, nein, ich beteilige mich daran nicht, das zahl Sie ganz alarmig. Und jetzt kommt's, ohne frisch einzuatmen, ohne flatteratmend zu werden, ganz ruhig, sagt er, na gut, aber Sie müssen zugeben, ich wäre ein schlechter Geschäftsmann, wenn ich es nicht zumindest probiert hätte. Ich habe jetzt bei der Steuern einen schwarzen Punkt, das ist ja nicht so, dass die Steuern sagen, also der Bart, nein, der ist brav, da haben wir nie die Presse gehabt, nein, der hat aber nicht von sich daheim gehabt, ne? So. Also, diesen Schaden hat man auch dazu geführt, er hat versucht, mich um 10.000 Schäden zu betrügen und zu sagen, ich muss jetzt zugeben, es wäre ein schlechtes Geschäftsfansgebären. Wahnsinn, Und wenn man so denkt, dann weiß man halt auch, welche Menschen da am Ruh sind und dass die mit schieren Vernunftargumenten nicht unbedingt in vollem Umfang erreichbar sind. EINHALT Das ist so die Mentalität, die man, glaube ich, für die letzten 10, 15 noch nicht bewerten kann, EVERYTHING DOES. Alles geht rein, wenn sich keiner mögt, dann ist das halt so, dann weiter gehen wir noch einen Schritt, alles geht rein, bis alles hin. Ja, dieses Weltbild, dass die Grenzen meines eigenen Handelns nur dort sind, wo jemand anderer imstande ist, Einhalt zu gebieten. Und dort, wo keiner aufstellt und sagt, bis hierher und sonst was war schon, so lange das nicht passiert, gehe ich voran und tue alle anderen durch, weil wenn mich keiner bremst, ist ja das, was ich mache, nicht schlecht. Und dass es eben dieses Vorschlag, Welt und Menschen gibt, das wir uns da, das wir uns im Neo-Niberalismus einladen lassen, und da muss man dringend dagegen arbeiten. Nämlich auch die Idee, dass es nur eine negative Position gibt, also dass dieser Veröstmensch eben behaupten, also sagen darf, dass die Arbeit in Österreich ist zu teuer, und dann hört man, ob da irgendein Gewerkschafter, ein Sozialdemokrat, Betriebsrat, aufstellt, und eigentlich im Beschnitt, dass du den Mann hingeht, den Aratschen androhnt, und dann sagt, halt, hier irren Sie sich. Ich weiß schon, warum Sie das sagen, weil Sie ein gieriges Sau sind, aber so ist es nicht. Niemand. Großes Schweigen, alle Dinge, also, wahrscheinlich verdrungen wir wirklich so viel. Und keiner sagt, ja, natürlich kann ich die Töchter von den Leuten arbeiten, in einem Zimmer sperren, und da leben gewalttägliche Verbrecher in einem Zimmer sperren, und sagen, wenn du nicht kackst, du musst sonst, ich weiß nicht, Schliessler ein, dann mal schauen, was passiert. Und die werden ganz viel, um nur sonst arbeiten. Das kann man auch machen. Nur wir machen es nicht. Und wenn ich jetzt nicht aufhören will, dann passiert das soweit, weil ich dir nicht Einheit gebe, das ist, wo sind die, die sagen, Freunde, es soll jetzt nicht gehen. Volksvertreter. Das ist das. Volksvertreter vertreten das Volk genauso wie Zitronenfalter Zitronenfeiler. Also sich genauso wenig wie Zitronenfalter Zitronenfeiler. Ich möchte da ein bisschen zweit zurück, sondern als Politiker soll man vielleicht, aber anything goes. Was mich auch immer wundert, ich habe ja lange Zeit große Sympathien für die Sozialdemokratie gehabt, das ist schon länger her, wenn ein Sozialdemokratie Vermögensteuern abschafft, dann bricht eine große Glaubwürdigkeit weg, und dann geht es halt noch weiter, wenn man halt alles Mögliche tut, damit es den ganz Reichen noch besser geht. Ich wundere mich immer, wie weit die Sozialdemokratie jetzt schon parterre ist, oder wie weit sie unter dem Teppich ist, denn der Herr Freymer hat, glaube ich, 20, 25 Wahlen verloren. Also, never change a losing team. Ich weiß noch, an und für sich, und das betrifft jetzt wieder, wenn man was du gesagt hast, Einhaltgebieten, ich wundere mich, dass da nicht mindestens 10, 15 Leute, die sich an den Job reißen. Das kann doch nicht sein, dass man eine große Partei, jetzt kann man das bei ÖFB genauso sagen, nicht mindestens 10 und die Nummer 1 streiten, nämlich in der Sache. Also nicht, ob der eine rote Krawatten hat, oder was auch immer, sondern in der Sache. Darum kämpfen, diese Bewegung anzuführen, welche Partei auch immer, und der geht halt weiter, bis er es hin, weil sie bald verloren hat, und dann sagt der Hebel immer noch, naja, sitzt fest im Sack. Ja, Brüder zusammen zur Freizeit. Das hat sich irgendwie aufgehört, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir ihre Position formulieren, und verteidigen. Also wenn man eh schon weiß, dass mein Opponent, Grenzen nicht akzeptiert, wenn sie nicht, brutal, aber wirklich radikal festgesetzt werden, wenn der Anstand nicht mehr hat, wenn dann nur mehr schieres, pragmatisches, was geht, wird, macht, wenn man weiß, dass es operiert, dann muss man doch aufstehen, dagegen. Dann darf man nicht sagen, ach so, dann hat er stärkere Recht, und dann möchte ich nicht den Weg stellen. Du musst den Weg stellen, das ist der Haken. Ich meine, jetzt bin ich der Einzige, dieses, man darf die Wirtschaft nicht beunruhigen, ja, ist die Treppe, den muss man als Schieber hauen, der Wirtschaft. Ich meine, die verdrückt 99% von denen die Haken machen. Bin ich der Einzige, der Herr Biedermann Brandstifter gelesen hat? Die Stelle, wo dann der Herr Biedermann Besichter haben doch oben geht, und die Brandstifter sind oben eingekladiert, haben Schieß von Wolle und Benzinkamiste gestapelt und fragen er um Feierzeiten, sie haben gerade keine Zünder, und er aus lauter Angst, dass ihm sonst das Hausarzt sind, gibt er das Feierzeiten. Das ist ja, ich meine, das steht doch zum Buche. Und wie dürfte die Führung bitte? Ja, es gibt ein tolles Sprichwort, ich weiß noch, bevor ich Ihnen das gelesen habe, also ich will ja nicht so sehr, aber die Politiker Einsteiger der Güterung, die ist dann da ganz neutral, also jede kriegt sein Fett ab, wir haben also da keine großen Referenzen, aber es gibt so ein Sprichwort von Krosnig, der Krosnig hat jetzt glaube ich erst den Herrn Badenstein für ihn übernommen, der Krosnig ist einer der tollsten Sanierer, sind ihm viele die Firmensanierungen gelungen und der wird einmal gefragt, ich glaube so vor zwei, drei Monaten im Kurier, naja, was sagen Sie zur Politik, wir müssen viel mehr reformieren, also gehen Ihnen die Reformen zu langsamen, dann hat er gesagt, also Politik ist der einzige Beruf, oder Politiker ist der einzige Beruf, der keiner Ausbildung bedarf. das mehr muss man dazu nicht sagen, ja, ist so, also wenn man das Realitäts, das Abbild nimmt der letzten Wahlen, dann wird das immer wieder bestätigt. Ein US-Amerikaner, ein Wirtschaftsbeauftragter, sagt, wir brauchen keinen intelligenten Präsidenten, der muss so gescheit sein, dass er seine Unterschrift unter das setzen kann, was wir ihm vorleben, entscheiden muss unser Präsident nicht sein. Und er lebt noch, den hat nicht jemand einfach ins Koma quatschen. Das wird also, man schaut, das ist ja ein mutiger Anteil, der traut sich was, der ist sicher gut aus, und dann bleibt das so. Wo sind die Aufstehen? Wittrastehen? Ja, es kann nicht sein, dass das nur die Pullis und die Schulaufschläger recht bekommen. Und dass man jetzt nicht sagt, dass der Glühbere nachgeht, sondern dass der Glühbere sich zum Schwächeren selbst erklärt und sagt, naja, gut, wenn der stärker ist, dann hat er recht. Nein, er hat nicht recht. Und das kann man also so weit haben, wie es vom West-Agent-Priben bis jetzt über die Welt nehmen, und wir machen sich auf Rind-Europa, eine gewisse Diskurskultur entwickelt, wo man sich zusammen sieht und Argumente austauscht. Und man sagt, tschau, so, und das wird nicht gehen, und da können wir uns einig werden. Und in zehn Jahren haben wir das alles an Mist geschmissen für die Raubritter. Es gibt das Elend. Aber das macht jetzt keine Gute, ich weiß es schon, aber ich wollte es nicht sagen. Es gibt ja das tolle Rehreslogen, das ist ja einer der tollsten, dieser geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen. Darf ich einmal das erzählen? Darf ich das bitte erzählen? Ich war bei Forum Alpbach ein, glaube ich, es ging um eine Diskussion über Innovation und Innovation ist immer so ein breit gefasstes Thema, da kann man ja, da traue ich keinen parteipolitischen Zustand dazu, das ist was man nicht, jetzt überlegen uns, wie macht man das bestand gibt. Das ist innovativ. Und dann die Organisationsgenie schickt mir eine Einladung zu einem zusätzlichen Vortrag von mir, nichts gehört davon, und über irgendwas anderes, himmel sich, egal. Und das war ein besetztes Dingern und da sind gesessen der Generaldirektor von der Bank Austria und der Fischler und auch der Herr Leitl. Und das war sein mehrgängiges Menü, da ist immer aufgestattet und über die Wirtschaft und da sollten wir schauen und der Leitl und dann nimmt die Kulturspeise und dann steht der andere auf und sagt irgendwas und der Leitl sagt wir sollten in die USA schauen weil die haben 2% Wirtschaft Wirtschaftswachstum und wir nur 1% und die machen es richtig und da sollten wir uns hinorientieren und dann von einer anderen zurück in Post dass das Banken Päsch schon ungerecht wird und dann bin ich drauf und ich wollte wirklich also ich habe es nicht vorgekommen ich wollte über himmelstens sich reden aber dachte das ist irgendwas nur ich konnte es meiner Biografie nicht antun dass ich in einem Zimmer sitz und draußen steckt tatsächlich geht es der Wirtschaft gut geht es allen gut der Leitl sagt wir sollen sich in den USA orientieren weil die machen das richtig und ich wollte coachen das geht nicht also dann gehe ich sterben das ist dann habe ich es vergabt die Zeit bis hin sowas gut also habe ich dann kurz eine kleine Zurechtmückung begangen indem ich erzählt habe und das ist nicht lustig das ist eine Zahl ist nicht von irgendeinem linken Verspörungstheoretiker oder einem Phantasien der sich auf den Arsch zaubert weil so viel sondern die Zahl ist vom ehemaligen Budgetdirektor von Ronald Reagan also kann man sagen er ist ganz Beginner seit den 80er Jahren haben die reichsten 5% der US-Amerikaner mehr Vermögen angehäuft als die gesamte Menschheit bis dahin da ist der Cäsar dabei da ist jeder Kaiser von China dabei da ist jedes Reich in die Sonne die Untergang gegangen ist Mieters gröss es wurscht nennen alle in der Nacht übernahm nicht so viele der reichsten 5% US-Amerikaner im 30 Jahr das ist doch wirtschaftlich erfolgreich von 300 millionen US-Amerikanern leben fast 50 millionen von Essens marken denen geht es nicht gut über den Satz geht es der Wirtschaft gut geht es alt gut muss man mal nachdenken bis das hat mir sehr gefallen also genau Murz das ist das war die Anschließend auf das Zitat von Grossmeth, also mit dieser Ausbildung, müssen wir ein bisschen über die Kabarettisten reden und Satiriker, weil im Deutschen so ein Trend zu bemerken ist von der Anstalt bis sonst wohin, dass eigentlich die, ich weiß nicht, ob Sie die Anstalt kennen, die Sendung im CDF, das ist hervorragend ausgezeichnet, auch mit einem Preis, wo ich Ihnen da ein bisschen was erzählen darf. Der Anstalt hat sich lustig gemacht, aber in so einem Chart über die Top-Journalisten in Deutschland, und in dem Chart hat sich bewiesen, wer von den Top-Journalisten in der Atlantikbrücke sitzt, in einer Sicherheitskonferenz, die dann in ihren Zeitungen der Zeit, die Verzehrt und so weiter, halt Meinungsbildung machen. Bei Raufe hat sich der Dr. Josef Joffe, herausgehender der Zeit, bemüßig gefühlt, muss man das einmal vorstellen, auf der Zunge zu gehen lassen, und Satiriker zu klagen, weil sie die Wahrheit gesagt hat. Die haben mir das präsentiert, und wenn man das als Satiriker tut, dann hat man blendend recherchiert. Die Anstalt wurde abgeprägt in der ersten Gerichtsinstanz, aber in der zweiten wurde der Anstalt recht gegeben. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, einer der Meinungsbilder, der Dr. Josef Joffe ist natürlich auch bei den Bilderbergern nur so am Rande gesagt, einer der größten Meinungsbildermagazine, die Woche, Zeit und die Zeit, verliert gegen die Anstand ein Satiremagazin, das sich der Wahrheit verpflichtet fühlt, in zweiter Instanz, weil sie die Wahrheit aufgedeckt haben. Und mittlerweile ist es so, Sie haben auch den Herrn Volker Giesbos gesehen, dass die blendenden Satiriker natürlich der Wahrheit verpflichtet sind, und mittlerweile besser die Leute informieren als die Zeitungen, als die Journalisten. Und jetzt die Frage auch an dich, Journalisten und Satiriker, für Humor und Satire bedarf es ja der Intelligenz. Und das ist ja das Dilemma. Ja, also tatsächlich erfordert Humor Intelligenz, nämlich von beiden Seiten, also vom Betreiber und vom Rezidenten, weil Humor findet immer zwischen Soll und Ist statt. Das ist in dieser Grätsche, in diesem Salto-Mortal, darin findet Humor statt. Man hat Ideen davon, wie es sei, so über sich der Welt, wie es ist. Und jetzt kann man sich Hiobsch davon in die Knie zwingen lassen, um zu einem eben langen Leiden und bittere Tringenbeiden, und glauben, man hätte damit schon einen Wert an sich erledigt. Oder man kann sich diese Situation anschauen, aber nicht nur die beiden Bereiche, sondern auch den Spalter zwischen das Ausmaß und die Art und die Verfasstheit dieses Spaltes genau analysieren, beschreiben, sich daran lustig machen, und das so konzise und valid mitteilen, dass andere genau diesen Spalt und was daran lächerlich ist, erkennen. Und dafür muss der, der es formuliert, intelligent sein, und der, der es versteht und darüber nachdenkt, muss er auch intelligent sein. Also Humor erfordert auf jeden Fall Intelligenz. Bei Unruhigenswahl der Folge, die Entwicklung, nämlich, und das ist in den USA auch, da gibt es den John Oliver und den John Stewart und andere, die haben so Nachrichten-Satire-Sender. Und früher, wie, aber früher war es so, da hat der Journalist oder die Journalisten haben die Fakten berichtet und der Satiriker hat es dann kommentiert. Und mittlerweile ist es so, dass der Satiriker die Fakten auch berichten muss. Weil das, was berichtet wird, ist nicht das, was diesen Spalt zwischen Soll und Is darstellt. Aber das finde ich irgendwie, man sollte den Journalisten auch Gold wegnehmen. Dann, ja. Auf auf den, ja. Vielen Dank. Sie kennen es so, wenn Griechenland 20% weniger Wohnungen, dann werden sie den 13. und 14. weg, dann wissen, wie genau das Sporn ist. Ja. Kannst du auch machen. So, jetzt habe ich noch ein Zitat, und da muss ich dich jetzt einfach unterfragter Weise mit einbeziehen, und dann würde ich sagen, dass Sie gerne Ihre Fragen stellen. Es war, glaube ich, heute oder gestern, Silvia, da wirst du sicher besser wissen, wäre Che Guevara 86 Jahre geworden. Und der Che Guevara hat gesagt, und ich denke, da sind wir uns einig, vor allem privat, da steht die Fähigkeit, jede Ungerechtigkeit, die irgendwo auf der Welt begangen wird, aufs Tiefste zu empfinden. Das ist der schönste Charakterzug eines Revolutionärs. Das muss man nicht mehr revolutionär sein, bis es genügt, wenn man Mensch ist. Revolutionär sein. Ja, ja, schon. Ja, aber es ist genügt, Mensch zu sein, um das als Latte zu nehmen. Ja, da gibt es mir auch die Religion. Ja, da gibt es mir auch die Schuldgeld. Wie bizarr das ist, was da passiert. Also, ich habe gedacht, Geld entsteht in dem Staat sich auch schon, wo es gibt. Was haben wir, was brauchen wir, was leisten wir, was stellen wir hier, was schaffen wir an Werten. Und dafür legt der Staat dann, weil das, dafür ist es der Staat, Anteilsscheine auf. Und durch Leistung kann ich Anteile erwerben, am Volksanmögen, die ich dann als Gutschein ausgehängt bekomme. Weil das, was ich gearbeitet habe, liegt als Wert in der Welt vor. Und dafür, wenn ich jetzt ein Gutschein, das kann ich eintauschen in etwas anderes. So dachte ich, funktioniert Geld. Das Geld bildet die Welt ab. Klar, für das, was es gibt, gibt es dann Anteilsscheine. Wörtlich, ist es da. Sprache bildet die Welt ab. Für das, was es gibt, was passiert, was sein kann, oder auch... Also, alles, womit wir uns umgeben, dafür haben wir Begriffe und Namen und Wörter. Und manchmal kommt was leicht dazu, und dann brauchen wir ein neues Wort. Das passiert, ne? Für 83er kann er Computer oder WLAN. Es gab keine Notwendigkeit, sich zu benennen, und es gab auch dieses Wort nicht. Niemand befindet Wörter auf Vorrat. Wörter gibt es nur für das, wo es Wört gibt. Geld ist anders. Es gibt Geld, das die Welt nicht abbildet, weil so viel Geld haben wir nicht, wie es Geld gibt, und dann irgendwie einkaufen und zahlen, so als wäre der Betrag, den ich da jetzt wohergebe, wie ich abbilden kann. Der Welt. da gibt es... Darauf kann man sich diese Hypidität ermessen, was das passiert. Also wir produzieren mehr Belegungen für die Welt, an Geld, als was wir Wört haben. Vielleicht eine neue abschließende Ziffern, das dramatische von dieser Entwicklung, also, da kann man ja Mensch kennt die Bilanz, sie sind nicht berufbestattungspflichtig, Null ab. Geschaffen wurde das unter anderem, das muss man auch wissen, und da ist natürlich die Anbieter wesentlich mit Schuld, mit Basel 2, mit Basel 2, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie ich das gelesen habe, bin ich fünf Meter gekupft, den ganzen Tag lang, wurde den Banken gestattet, außer bilanzielle Gesellschaften zu gründen. Sagen Sie das einmal einem Bäcker, der sagt, okay, die Schulden kriege ich aus, dann mache ich außerbilanzielle Gesellschaft in Schopron und ich bin das blödlos. Genau das ist passiert, und diese außerbilanziellen Gesellschaften sind dann auch überwiegend Schattenbanken. Die Schattenbanken, da wurde einmal der Herr Tischee gefragt, vor drei Jahren wäre er einmal immer antworten, in einem Presseinterview, naja, was halten Sie von Schattenbanken, wie groß sind die die? Da hat er gesagt, naja, so ungefähr, werden die offiziellen Banken. Die offiziellen Banken hatten damals eine Bilanzsumme von 30.000 Milliarden in der Eurozone und das BIP war 9. Jetzt habe ich also 30.000 Milliarden an offiziellen Geld, das ist eh schon aus, nichts entsteht, aber darin habe ich noch einmal 30.000 Milliarden, von denen keiner weiß, ob das 30 oder 100. Die letzte Information ist, dass die Schattenbanken weltweit ca. das 10-fache der Wirtschaftsleistung ausmachen. Das sind die Schattenbanken, das sind noch nicht inkludiert, die offiziell in der A das Geld aus dem Nichts ausverstückt. Also in dieser Welt leben wir und die Schattenbanken haben natürlich die richtige Grundlage, die unter anderem auch in Basel II bündet. Also das heißt, wenn wir jetzt über eine Vertretung in der Demokratie in Europa reden, müssen wir also einmal upside down alles umdrehen, damit wir eine halbwegs wieder in eine lebenswerte Welt kommen. So, jetzt sind Sie an der Reihe, wir stehen für Fragen zu bekommen. Ich sehe jetzt fünf Mikrofone hinterher, dann hören wir alle und wir werden vorhin ein Mikrofon reden, je nachdem, wer die Antwort hat. Diese Schattenbanken könnten ja nicht existieren, wenn ich so wie die Menschen in dieser Welt toppen würden. Sicher. Wer drauf muss die Schattenbanken? Bitte? Sie meint, wer bei den Schattenbanken was kauft oder niemand ist richtig verstanden? Die Schattenbanken könnten nicht existieren, wenn nicht so viele Menschen mit diesen Schattenbanken mit Spons spekulieren. Es sind ja nicht so viele Menschen, die spekulieren. Viele. Viele. Also im Verhältnis von den Banken vielleicht ein bis zwei Prozent der Bankangestellten, die dort beschäftigt sind. Weil einer nehmen Sie her, die aber so Verruste bei Spekulationen haben 4-5 Milliarden. Wenn Sie so einen Verlust haben, dann spekulieren auch man mit pro Tag um 15-20 Milliarden. Da sind also nicht so viele angestellte Verhältnis zu den normalen offiziellen Bankangestellten. Aber die tun nichts anderes, als dass sie spekulieren. Das ist richtig. Wenn man die Menschen müsste ein Geld hinein. Die Schattenbanken sind oft sogar meine Töchter, die man nicht in der Bilanz konsolidieren muss von echten Banken. Und was dort wirklich passiert, weiß keinen Fall. Das Geld soll ja abgeschaltet werden, dass alle Menschen die Karte bezahlen. Wir haben das in Skandinavien erlebt. 50 Säden, wurscht um was dort geht, bezahlen die Menschen dort schon mit Karte. Also wir wollen wirklich mit Zitzen. Das ist auch gesehen auch. Was ist der Grund? Wollen Sie niemand mehr zum Kunt machen? Den Grund, der erst vielleicht ein bisschen sagen wir die letzte 10-15 Jahre gewachsen. Also Skandinavien, Schweden, ich bin sehr Skandinavier, finde ich es mir selber leid, Skandinavier in vielen Feldern uns weit voraus sind. Also Wohlfahrtsstaat, was auch immer, Wirtschaftspolitik und so weiter. Also was jetzt die Motivation war, es hat von den Banken die Einschränkung gegeben, immer weniger Bargeld zu akzeptieren. Das hat das in Schweden auch bekommen. Und wieso jetzt die Menschen es bequem finden, und das sind nur die Münster und Scheine nicht mehr haben und sich durch das Ungesetzte durch alle Karten überwachen lassen. Also wieso das die Schweden so präferieren das kann ich auch nicht sagen. Es gibt aber wie Sie wissen die Diskussion wurde angestoßen die drei bis Wochen von Herrn Bofinger vom Sachverständigenrat der Banken und das Bargeld gehört abgeschafft und das müssen ja gesehen Dipfel diskutieren und mittlerweile soll er sogar Morddrohungen bekommen haben hat er zumindest gesagt Österreich unter Deutschland und auch jetzt der Bundesbank -Chef Jens Weigler hat gesagt natürlich ist das Bargeld das Gesetz und Bezahlungsmittel und eine Abschaffung ist nicht daran zu denken Also Schweden bin ich langsam für ich glaube auch Norwegen ja Also wieso ist dort dass er so weit fortgeschritten ist das der gründerweise jetzt immer nicht Ja wollte zu was vor kann es an der riet vor Ja ich höre die Frage und zwar als erstes mit dem ganzen Vortrag sehr gut aber trotzdem ist für mich besser die Lösung geben ja und zwar die Handelsbilanz nur herauszunehmen die Handelsbilanz umschluss eines Landes wird zum Wecker wicken in einem anderen Land Wo kommt der Handelsbilanz umschluss her wenn Beispiel der Mitarbeiter in Österreich oder Deutschland besser ist wie der in anderen Land mit einem Zitieren dann kommt da die Bilanz Schieflage nirgendwo zutragen das heißt wenn man hier eine ausgeglichene Bekanz erzielen will muss man die Lösung haben und die Lösung ist nicht dass der Deutsche Schwerter weniger arbeiten soll sondern er arbeitet auch mit einem Hintergedanken dass er mehr oder weniger dafür ein besteres Bestand hat erzielt hier geben mir irgendwie das Runde ab und auch die Lösung Okay meine Hand ist da Ja Die Zusammenhänge sind etwas komplexer wenn Sie hernehmen man vergleicht Deutschland und Griechenland Deutschland ist strukturell Industrieland mit viel Maschinenbau Autoindustrie hoch innovativ Griechenland eher mehr Ackerland bezogen sagt jetzt kann die Lösung nicht sein dass auf einmal in Griechenland eine Autoproduktion installiert gibt also da ist kein Know-how da das kann funktionieren aber vielleicht im 10 Jahr kann Das sind jetzt die natürlichen Ressourcen die Wirtschaft historisch entwickelt hat Die Lösung oder die Ursache liegt natürlich im Euro denn zuvor wie er reint bis 1999 hat auch Deutschland Handelsbilanzdefizite gehabt weil durch die Währungsaufwertung oder durch die Abwertung anderer die deutschen Waren automatisch teurer wurden das ist im Euro nicht mehr möglich deswegen schießt Deutschland dieses Handelsbilanzüberschussproblem wird getragen Auf der anderen Seite haben wir die 250 Millionen 40 bis 50 Prozent innerhalb der Euro Länder die nicht abwerten können also das heißt ich habe also nicht nur die Möglichkeit über einen Devisen Kurs und wie es schön heißt interne Abwertung also durch Lohnkürzung devastiert das komplette Land die andere Lösung wäre nachdem Deutschland viel billiger geworden ist dass Deutschland die Löhne pro Jahr mindestens um 5-8 Prozent steigen über 5 Jahre dann hätten sie auch mehr Importe und das würde helfen den anderen mehr zu exportieren aber genau da wehrt sich Scheibe und Merkel also Scheibe und Merkel haben diese Zusammenhänge nicht verstanden führen die ganze Eurozone Deutschland ist der wirtschaftlichste Land gegen die Mauer sie haben diese Zusammenhänge nicht verstanden der Paul Kruppmann das hat erklärt deine Ausgaben sind meine Einnahmen und so ist es und so funktioniert es halt und wenn ich das nicht als wahrheit annehmen will dann fährt halt alles geht in Mauer die Lösung kann sein dass Deutschland nachgibt ob es das tun demnächst weiß ich nicht oder noch viel mehr andere das kann ich keine Lösung sagen aber es wäre doch eigentlich wenn wir nur teurer anzuschaffen dann wäre das Problem löstbar dass jedes Land letztlich das bestimmen kann aus dem Bilanz Überschuss wäre Realität erhöht und damit kommt das in sich eingelegt aber über Euro nicht möglich das heißt in der letzten Konsequenzen neu abschaffen so ist es es hat vorigen sein in lindau als habe ich verfolgt interessanterweise wurde es nicht in den Zeitungen kolkodiert haben 45 Nobelpreisträger getagt Stiglitz Felps alle Leute alle haben gesagt eine Lösung in der Euro zu machen ist nicht möglich die Keynote Speech hat eine gewisse Angela Merkel geliefert die haben ausgedruckt das ist beschrieben Realitätsverlust und solange die beiden dort agieren gehen alles freuen sich ganz Europa durch die Mauer die ist aber nicht mehr da seit 25 Jahren die Fakten liegen eigentlich ganz klar auf dem Tisch an der Wand wo auch immer das war ganz wunderbar dass sie das aufgezeigt hat und möchte noch was hinzufügen Schatten Banken und warum Bargeld auch geschaut werden soll da gehören wahrscheinlich die Schattenregierungen oder die Schattenregion dazu ohne Schattenregion gibt es keine Schattenbanken da können wir alle darüber viel im Internet oder wo auch immer oder hier erfahren oder haben wir erfahren ein weiterer der sich seit Jahren vehement zu Wort meldet ist ein kanadischer Verteidigungsminister den wahrscheinlich viele noch nicht kennen der mittlerweile 92 Jahre hat Paul Heller der hat sich heuer vor zwei Monaten hat ein weiteres Buch veröffentlicht A World Crisis Eine Welt über Krise Die Money Mafia über die Geld Mafia und der hat vor zwei Monaten auch handelslich das Buch der Buch veröffentlicht um ein Statement abgegeben das ist im Internet in Deutsch zu lesen zu hören in Englisch und er nennt die Dinge ganz klar beim Namen also wenn ihn jemand umbringt er hat nichts mehr zu vergehen aber er beschäftigt sich seit Jahren wenn es sich mit den Dingen die in der Welt ablaufen und er in unter anderem in dem Buch beschreibt einfach was da wirklich ablaufen finanz mafia mäßig also was wir heute auch gehört haben er nennt unter anderem auch ganz klar die Dinge beim Namen das 9-11 ein Insight-Job war und viele andere Dinge die Dinge liegen immer mehr und immer klar auch kritisch was da läuft und ich glaube wir sind sehr neu dran wenn Kabarettisten immer mehr sich dazu äußern und outen dann ist das der richtige Weg Ich hoffe es ist nicht der einzige Weg Nicht nur sicher es gibt sehr viele die schaut man ganz warm aus wenn es wirklich nur auf die Kameranisten auch kommt also da sind schon seriösere Institutionen in der Pflicht Ich bin sehr froh dass ihr das auch so unterstützt und auftaucht Danke Vielleicht zur Bargeldung da möchte ich noch an Günther weitergeben was der Günther vorher gesagt Bargeld und Girald also diese Debatte also ich schreibe öfters wenn sie wollen können sie gerne nachlesen Artikel auf www.freitag.de das ist die Wochenzeitung von Jakob Auchstein dem Sohn der Spiegelgründer aus Berlin und da kann man blocken und da haben sie jetzt etwa 35-40 Artikel über Geld aus dem Nichts Zinsen Euro und so weiter und übers Geld Bargeld und so weiter habe ich mich gewundert und das wäre dann die Weitergabe in den Günther ich meine es ist kein Nerv von den Wirtschaftsforschern aufgestanden und habe gesagt erst Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel Buchgeld ist es nicht keiner der führenden Politiker und dann sind wir dort wo man sagt welche Institutionen haben wir eigentlich und dann sind wir bei dir was du vorhin gesagt hast es steht ja keiner auf es ist keiner da der sagt alle deppert Bargeld ist gesetzlich Buch dem ist nicht gesetzlich diese Brennung hat mit keinem Artikel gehört es ist auch erschütternd wie der ein bisschen Trost aus dem Raum zu räumen der Sigmar Gabri also erschütternd wie ahnungslos die Politiker sind Sigmar Gabri hat zu TTIP gemeint naja Moment das ist da besteht keine Gefahr im Fernsehinterview weil wir haben das Grundgesetz Schnitt ein Verfassungsrechter sagt er so Gesetze können verändert werden und dafür wählen wir auch alle über 5 Jahre eine gesetzgebende Körperschaft weil wir Gesetze verändern Verträge hingegen sind bindet das heißt wenn du einen Vertrag unterschreibst der mit dem Gesetz kollidiert dann bist du der Pflicht das Gesetz zu verändern an dem Vertrag kannst du nichts mehr verändern das ist etwas was das Sigmar gar nicht weiß bevor den Vertrag unterschreiben das ist Traurig Hallo Ja Vielen Dank erstmal für den Vortrag der war sehr informativ ich hätte mir ein bisschen mehr über die Lösungen noch was gewünscht das ist sehr sehr schwer keiner weiß die richtige Lösung aber ich habe dennoch zwei wichtige Fragen und zwar einmal wie gefährdet sehen sie unsere Altersvorsorge auch hier hinten hinsichtlich der Inflationsentwicklung es wird uns eine falsche Inflation vorgegangen in der Presse ich mache mir doch sehr sehr starke Gedanken über die Altersvorsorge was passiert mit dir wie viel ist die noch in 20 Jahren wird ist sie überhaupt noch da was kann ich mit meiner Altersvorsorge noch machen also das wäre die erste Frage Ok Lösungen haben wir schon präsentiert die letzten zwei Folien aber da können wir gerne noch ein bisschen eingehen das sind jetzt mit Ihnen einige Lösungsvorschläge von mir die auch zum Beispiel in Island schon vorgeschlagen werden also ich habe mich auch ein bisschen eingelesen und das was ich gesagt habe ist überhaupt nichts Neues wenn man sich einlässt das wissen wir seit 100 Jahren auch die Wissenschaftler Heiran Winzky 1996 Irving Fisch 1936 alles da man braucht nur recherchieren auf der Uni müsste ein Flächenbrand ein Flächenbrand in Diskussion entzündet werden und nicht die Todesgrabe Stille Zu Pensionen eine ganz einfach Gefahr wie Unternehmer also nicht auf Ihre Frage sondern dass für uns eine Diskussion losgetreten mit den Pensionen in Österreich und Deutschland nicht leistbar nur einen Ziffern Vergleich man sagt immer die Kostenbreite 25-20 Prozent des BIP das ist natürlich nicht korrekt weil von den Ausgaben muss ich ja die Einnahmen und die Pensionsversicherung abziehen der Staat finanzierte nur den Saldun Einnahmen minus Ausgaben gibt ein Defizit und diesen Finanzbetaus muss der Staat finanzieren aber nicht die ganzen Ausgaben oder die Einnahmen nicht berücksichtigt der Saldum macht in österreich der pension und 9 milliarden aus die subventionen für der wirtschaft der es gut geht 20 so jetzt frage ich was ist leistbar die pensionen oder die subventionen also das steht keiner dir über natürlich sind die 8 milliarden jederzeit leistbar aber wenn sie das gemeint haben deutschland und österreich vergleich in österreich bleibt vom netto und 65 66 pension kommt also die pensionsvorsorge wird ausgezahlt in deutschland sind es jetzt schon 45 es sinkt weiter durch die risker rente wenn es unter 40 ist eine altersarmut die ist so wie zur industrielle revolution um 1850 und das ist die risker rente die so gut verkauft wird dort haben sie genau das problem das angesprochen deswegen mache ich mir Sorgen die altersarmut das liest man ja auch in der Zeitung oder im Internet ja das war nicht ganz nur die Sorge nicht weg ordnen also können sie die zweite Frage ist ja oder nein ja sicher also sind Verfechter des ja aus Griechenland aus nicht nur Griechenland sondern Spanien Portugal In Italien wurde das schon gefordert vor einem Jahr an die Terrograph da gibt es eine gegenüberstelle in Italien hat ein geringeres Bruttoinland Produkt als vor 15 Jahren das ganze Land stag miet seit 15 Jahren da haben sie nachgewiesen dass wenn sie die Wechselkurse geändert hätten das ganz anders wäre und wie gesagt es ist nicht möglich dass die südeuropäischen Länder sich erholen so lange sie Euro land bleiben und das würde die Kernaussage auch der Nobelpreisträger nur die Lehrerin hat es nicht kapiert nicht hören wollen was heißt ich Politiker verstehen es nicht ja das würde aber gleichzeitig bedeuten dass dann die anderen Länder sozusagen nachsehen werden wenn Griechenland raus gehen müsste was wir vielleicht nicht freiwillig machen aber man kann sie ja vertraglich fast zwingen jetzt ist ein riesen Druckmittel aber ich sagen da brauchen wir auch nicht mehr sparen dann würde die EU definitiv zerbrechen oder sich aufspalten zumindest die Eurozone wäre uns nicht aber das hätte schon die Konsequenzen für uns ja ich glaube du nicht viel Angst geschüren dass ich auch auf freitag einen Artikel geschleud wenn sie es vergleichen Griechenland mit Argentinien ab 2002 Argentinien oder Beso an den Dollar gebunden so wie es Griechenland hat den Euro hat und die sind ausgestiegen haben die Bindung aufgehört und die Währung abgewertet und 70% plus einen Schuldenschnitt dann 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 sich das Land sehr schnell in zwei Jahren stabilisiert erholt alles losigkeit besunken armut gesunken wirtschaftswachstum exporte man muss beides machen und solange man das nicht tut geht gut dann und die letzte frage sie sagten ja zinserhöhungen wären fatal ich habe gestern das Interview gehört von Herrn Günther Jauch wo es eben um diesen Plexig ging ich weiß ob es auch gesehen haben auf jeden Fall wird prognostiziert dass es Sitzerhöhungen geben wird aus folgendem Grund weil schon Deutschland im Moment auch von der Bonität her von den Breaking Gesellschaften definitiv auf der Liste steht dass sie down gegradet werden also sprich abgewertet aufgrund der Wirtschaftsentwicklung auf der anderen Seite wenn keine Zinserhöhungen kommen die Spargäder entwerten sich das ist ganz klar also das ist schon ein Konflikt den wir haben Zinserhöhungen können wir nicht brauchen aber vermutlich kommen sie irgendwann also wir wissen noch nicht was zu tun wie sehen Sie das mit den Zinserhöhungen Ich glaube den Herrn Trages und die Sparhandlagen ziemlich wurscht genauso wie den IWF die stützen eher die Wirtschaft oder natürlich die Politik mit ihren Staatsanleihenschulden und wenn dort die Zinsen steigen dann sind die Staaten nicht mehr zu finanzieren sie bekommen bei der Völkerung nicht weitere Sparmaßnahmen Gesundheit mit und durch und können die Steuer auch nicht erhöhen das was bei Griechenland fatal ist die machen genau das Gegenteil Mehrwertsteuer erhöhen und Rentenkwürz und bringen sie das Land und die Menschen an und das geht es geht meines schlug daran die nicht anderen den Ball zu spielen ok vielleicht andere fragen noch ein bisschen absetzen vom Euro bitte wir haben einiges von den Problemen und ein paar Lösungsansätze gehört aber was ist utopisch wir finden eine Lösung die ganze Welt findet eine Lösung und kommt von dem Weltsystem weg und der Wohlstand wird gleich verteilt ist es wirklich dann für die Welt den Planeten und die Menschen gut oder die ganzen Lebenslosen wenn jeder Auto hat jeder großes Haus jeder was was gut so etwas leisten kann ist das dann die Lösung natürlich nicht nur wo ich missverstanden bin kein wachstumsfeld geschützt also das ist über das Thema wenn aber der Staat das Geld erzeugt dann bin ich herausgekoppelt vom Wachstum weil ich kann alle Pensionen finanzieren wurscht ob ich eine Rezaison oder nicht weil ich das Geld selbst erzeugen wenn ich alles über Kredite finanzieren oder Zins noch eine Rendite braucht die die anderen arbeitenden Menschen erarbeiten müssen dann geht es natürlich nicht und jeder ist diese gedankliche Schranke die man brechen muss speziell bei Wissenschaftlern wenn jeder das Geld selbst erzeugt dann brauche ich kein Wachstum wofür ja selbst Wachstum heißt ja nichts anderes wie mehr Stück mehr Häuser mehr Autos wir brauchen nicht mehr Häuser wir brauchen eher weniger wenn ich an den ressource verbrauch denke und mit weniger kann man auch gut leben wenn die Rente und das Einkommen gesichert ist wenn das Einkommen und die Rente und das Wachstum gekuppelt ist und dieser Rezaison ist durch die Andrückerei weniger verdient dann würde ich den Teufelskreis ab Entschuldigung das macht die ist die Regierung die ist dabei das zu diskutieren ja ich glaube es ist ja so dass es mir eine teuerische Frage war beim Wirtschaftswachstum und bei den ganzen Problemen die die erfolgt bei Ihnen muss weiterdenken und schauen was braucht man wirklich zum Leben nur als bedanken und zusätzlich eine ganz wichtige Frage an Sie was würden Sie jemanden für einen Rat geben jemanden der sich nicht so auskennt wie er mit dem kapitalistischen System in dem wir alle leben umgehen kann um das System vielleicht im Kleinen etwas zu verändern also das System im Kleinen zu verändern sich dem so weit wie möglich entziehen die Werte die im Gepäck der Welt hängen ganz genau ausschauen und nachschauen ob das wirklich gewonnen zu haben ein Wert an sich ist oder wo es ausschaut und wo es überhaupt kam echter echter outcome und ist der Sieger immer gut oder ist der Sieger vielleicht einfach schlauer als die anderen und dann einen Eigenwertekatalog entwickeln in dem es dann gut ist wenn es möglichst vielen gut geht und nicht wann per Gruppensaldo eh pro Kopf sagen wir viel überbleibt und das hält nur einer und einen eins gestiegen im Regen und sagt ja die Gruppe ist zerreit nein das andere zerreit also man schaut ob man möglichst in seinem Umfeld Ideen etabliert und exekutiert in denen Gemeinwohl etwas ist was man nicht übers quia in die eigenen Taten wuchten muss sondern dass das dieses Volumen es geht und wenn einer wirklich unbedingt die Strahl auftrauen will dann ist er die Aufnahme und wenn man das nachhaltig beständig und bewusst betreibt kann es sein dass man in seinem Umkreis soweit ein lebenswertes Klima schafft dass es für andere Umkreise auch attraktiv wird dass es zumindest ausschaut das ist das was man effektiv als einzelner tun kann wenn man eine Wirtschaft studiert hat oder studiert oder in der Lage ist Brandregen zu führen vor tausenden Menschen man kann den Kapitalismus ganz einfach besiegen wie es gibt zu leben also nicht als dem kleinen Teil erstens sie nehmen dem Kapitalismus das Kapital weg sie verstaatlichen das Geld mir geht es darum das Geld zu verstaatlichen aber nicht die Banken die Banken nehmen das Geld vorbei aber nur das Geld das vom Staat bekommen die Banken fungieren wie eine Hofer Filiale Bühler Filiale oder Engelmann Filiale die dann das Geld in Buchungszeilen verteilen können für die Wirtschaft für die die es brauchen aber es gibt natürlich keine spekulation es gibt keine außer finanzielle Gesellschaft oder keine Schattenbanken weil das kein Mensch braucht es gibt keine Spekulation auf Rohstoff oder Kupfer die dann in der Firma zahlen ist bei mit leite der Preis 50% stimmt Das ist das eine Mittel ist machtpolitisch so wenig diskutiert weil sie an den Grundfesten rütteln was wir tun wir rütteln wir rütteln an den Grundfesten wenn sie den Menschen einen Wohlstand eine Grundrente beteiligen können ohne arm und arm zu sein weil sie einen Beruf gehabt haben dass eine Wohlfahrt der Menschen möglich ist und das kann ich ganz locker bezahlen wenn der Staat das Geld erschafft mit dem DGE habe ich das Einkommen oder die Rente von der Beschäftigung getrennt und das ist ja das Revolutionäre das Wort Bedingungslos und wenn ich das Bedingungslos umsetze dann habe ich diese ganzen wo die Sozialdemokratie herrscht soziale Alimentierungssysteme wie Pflegegeld Arbeitslosengeld Krankenkassen nicht mehr denn sie kriegen das sowieso ob sie zur Arbeit haben oder nicht und das ist ja das Revolutionäre mit dieser Sozialdemokratie nicht diskutiert oder negativ diskutiert weil sie ihre Macht kein Fluss werden verlieren es geht immer um Macht es geht um Geld um Macht und es geht um BGE um Macht wenn sie beides trennen beim BGE haben sie dann wirklich freie Menschen wenn sie nicht stehen schlafen gehen wenn sie schlosser sind sie sagen nein geht nicht ich bekomme 1.000 Euro 1200 Euro mir geht es gut das geht vom Staat super und deswegen sind diese 2 Themen ich sag einmal so machtpolitisch behaftet und werden natürlich von der herkömmlichen Partei in der Institutionen niederargumentiert und Totschlag ich bin da überall Ihrer Meinung außer deiner Sache wo ich schon glaube dass man auch im Kleinen jeder für sich großen Teile zu beitagen kann einfach einmal in dem man verzichtet für mich oder so kann Verzicht Freiheit bedeuten und Kapitalfreiheit von Astagolbos Bedürfnissen und wollen wir das jetzt weiter denken Verzicht Verzicht heißt wir brauchen weniger wir konsumieren weniger das heißt auch weniger Lohnarbeit ja ich sag nicht weniger Arbeit zum Arbeiten gibt es genug aber weniger Lohnarbeit weniger sich da abhängig zu machen und viel mehr zu zahlen als was man kriegt und viel weniger Ressourcen zu verbrauchen das heißt die Zukunft viel für alle für alle Lebenwesen auf der Welt und das damit wir arbeiten und daran denken das Geldsystem ändert aber ich bin da bei Ihnen auch dass der Anfang kann das sein einmal das Geldsystem ändern einmal Diskussion auf politischer Ebene zu führen einfach einmal diese Diskussion zu stellen in der Masse dann werden wir stört drauf kommen wie beim K-Clip oder was auch immer dass das eine kompletter Chance ist und in die falsche Richtung gehen und ja da muss man beginnen und ja da sollte jeder beginnen einfach einmal mit dem Gedanken Verzicht muss muss hallo ich möchte mich vorstellen ich bin Wolfgang Salzburg geboren Grüße euch auch schön dass ihr hier seid wir sind sehr wenige ich sage jetzt einmal das hat kein Devolutionspotenzial wahrscheinlich das ist aufklärend wichtig informativ ich bin jetzt ein Freund von intellektuellen Diskussionen das wird auch ein sehr hohem Level auch von der Information her viel weitergegeben bin ich sehr dankbar dafür trotzdem möchte ich mich einfach auch zu einem gewissen Realismus bekennen real ist ich möchte jeden Tag vor und aufstellen ich möchte jeden was zum Essen haben was zum Anziehen ich möchte meine soziale Infrastruktur haben ich möchte Prämissen haben ich liebe deine Nächsten jeden respektieren ehren, schätzen und wenn möglich sogar noch höher achten als mich selbst nachdem wie hoch ich mich selber achte ich bin aufgewacht vor vielen Jahren und es war schreckliches erwachen einfach erwachen zu dem Faktum und der Tatsache dass hier schon seit langer Zeit geplant wird vorsätzlich umgesetzt Kriege angezettelt und dadurch noch Profit eingeheimst und das auf Kosten von Millionen also ich sage nur Zweiter Weltkrieg 20 22 Millionen Menschen erst unglaubliche Zahlen genauso unglaublich und unpackbar für mich wie die Zahlen mit denen hier auch ausgedrückt wird was da abgeht Milliarden Euro keine Ahnung was das ist Millionen weiß ich nicht Hunderttausend was ich noch nie gehabt aber da geht es ja schon um Billionen und Tausende Milliarden von Euros und ich habe keine Ahnung mir ist das alles schon viel zu hoch ich bin eher so ein bisschen vielleicht botständig pragmatisch gehe von Tag zu Tag vertraue dem System überhaupt nicht weiß dass es nicht für mich ist nicht auf meiner Seite das müssen wir uns einmal klar vor Augen halten ich sehe auch hier eine große Anzahl von Menschen die jetzt nicht mehr zur jungen Generation zählen die junge Generation wird das noch in einem ganz anderen Ausmaß treffen als uns alle ich bin noch nicht Pensionist also ich habe noch ein bisschen was vor Revolutionen anzetteln ja gerne irgendwas in Bewegung setzen ein Batschen austeilen bin ich sofort dabei nur nur das Kollektiv im Diskurs also nicht künftig sondern nur als zugerillende Maßnahme also ich halte meine Klappe nicht ich halte meine Klappe nicht ich rede mit allen Leuten ich rede über das System ich rede über die Zeit in der wir leben das aktuelle Zeitgeschehen ich rede über Finanzen und auch darüber wie wir uns jetzt am besten vorbereiten und das ist eigentlich auch jetzt meine Frage ich weiß nicht mehr mit einem Propheten treffen schade war ich gern ich stehe mir das auch auf Propheten an das da Täufer und solche Leute die einfach einmal da ein Exempelstatt über aufstehen und so aus und so wird wenn sie geköpft werden also man braucht da ein bisschen ich sage einmal ein bisschen eine Märtyrer-Gesinnung weil wenn man jetzt nur drauf schaut dass es mir weiterhin gut geht wird es nicht ausgehen und wir sind leider alle sehr gehirn gewaschen von klein auf wurden mir Dinge gesagt wie sie sein sollen und da muss ich mal wissen und das möchte ich einfach als Hilfestellung auch geben weil ich mich selber so behandle ausmisslich wir haben so viel Müll abgelagert in uns das ist so viel in uns drinnen was uns gar nicht die Realität erkennen lässt weil wir es einfach gewohnt sind in einer Illusion zu leben nämlich auch in der dass alles in Ordnung ist dass alles in Ordnung ist weil wir jetzt hier gemütlich beisammensitzen können jederzeit uns ein Bier bestellen und ein Essen holen und ein angenehmes Klima ist und wenn ich rausgehe erwartet mich auch keine Straßenschlag versteht ihr? oder die Launung und das möchte ich gern wissen ich möchte ungefähr wissen worauf wir uns noch dieses Jahr auf was wir uns vorbereiten sollen worauf wir uns noch gefasst machen können dieses Jahr ich glaube ein gewisses ich dachte das ist kein ESO-Treffen ich bin ja keiner aber ESO-Therik bedeutet jetzt nicht nur irgendwie so abgedrehte Leute mit langen Haaren sondern auch Numerologie zum Beispiel 2001, 2008, 2015 das sind immer 7 Jahre inzwischen was kommt habt ihr euch eine Ahnung oder seid ihr jetzt nur diejenigen die das Anteilbereich beleuchten und sagen ok zum Thema Finanzen weil es geht ja um viel mehr crasht bald soll unser Kohle sofort in irgendetwas umwandeln was wirklich einen Wert hat ich meine Gold kann auch nicht dessen jetzt aufhören aber habt ihr irgendwas ganz praktisches ich will was praktisches wissen ich will von Leuten die so viel wissen wie ihr und sich die Sachen so genau angeschaut haben ich sage mal ungefähr einen Anhaltspunkt 2015 jetzt ist Juni wir haben noch einige Monate bis zum Jahresende ich habe etwas gehört von September Geld Geld von der Bank runter das ist einmal ganz wichtig Geld weg von der Bank Geld weg von der Bank Bank ist ein ganz schlechtes ganz ein schlechtes ganz ein schlechtes Bankstaat hier sagst du was ich tun kann dass ich so gut wie möglich überlebe soll man unser Haus irgendwo am Land kaufen soll man auch bauen ok so ein Gewicht ja also ob man gleich noch die Welt wieder mal nicht untergeht also da gibt es noch genügend Vorhersagen die dann einfach nicht eingetreten sind also ich weiß auch nicht was die nähere Zukunft bringt ich weiß es nicht weil es wie gesagt wäre ich vielleicht nicht da so und schon längst irgendwo wo das Welt passiert aber ich ja also ich weiß es nicht und das Weltgeschehen bewegt sich immer in einer gewissen Bandbreite von Möglichkeiten so in der Chaos TV hast du das Lorenzer Traktor das ist nie exakt dasselbe bauen es ist immer irgendwas aber auch nicht in einer gewissen Bandbreite also so richtig komplett dass man runterlaufen wird das glaube ich nicht Geld abhinken ist auf jeden Fall ein guter Tipp und vor allem drauf 2.000 Freinamer ja den einen Tag wo man hingeht sagt ich helfe es gern und dann den Tag wo die sagen ja in 3 Tagen hauen wir es da nicht überrascht sondern die sagen ich habe Geld nein auch nicht ihr Geld habe ich nicht da das ist immer passiert wenn man Geld abgeben also die waren bei einem Beckermarholparksfrau die so wie knuffelhaft ich denke dass wir ihr Geld geben können auf der Bank also das muss man schon wissen das ist das geht nicht gleich also das große Sackern muss man euch dann übernächst auch wegbringen ja sonst geht das gut und was nicht passiert ist was eben wir haben also ich kann natürlich auch für eine Prognose gehen wir haben uns ja schon einmal wenn sie sich erinnern 2011 da sind die ganzen Börsen eingebrochen 40, 50, 60 Prozent 2009 war die größte Rezession und da waren also weltweit also wirklich kein Desaster kamen man hat gewusst was da wirklich los ist und in der Welthandel ist also eingebrochen weltweit um 7-10 Prozent und dann natürlich Rezession und so weiter aber man kann also da jetzt keine Prognose geben aber so wie der Günther auch gesagt hat was ich auch immer rate was ich je im Interview auch gesagt habe selbst bei diesen Nullzinsen kein Geld auf der Bank haben also jede Krise wie die Finanzkrise war ja immer so dass bis Freitag alle Zeitungen geschrieben haben super Paletti es rochst in die Kirschen der Löwensamt rein raus und die Vorgang zwitschern und von Montag bis Mittwo waren die Börse zu und die Banken zu und das Geld war um 30 Prozent weniger Geld In Amerika wurden sich gar das private Gold eingefordert also wenn sie Gold gekauft haben sie müssen das Gold bei der Federal Reserve abliefern also so weit gehen dann die sogenannte Kriegsgesetze und die Kriegsgesetze gelten nur das Finanzsystem in die nächste Runde zu bringen und die nächste Runde ist immer die gleiche ja ich bin im gleichen System es werden die Schulden und die Vermögen werden reduziert gleichzeitig reduzieren sie die Schulden und dann beginne ich von einem niedrigen Niveau mit dem gleichen Spiel und ich bleibe aber im gleichen System im Geldsystem mit den Zinsen und dann dauert es wieder 40 Uhr und sowas in der Geschichte die letzten 300 Jahre wenn Sie hernehmen vielleicht mal bei Ihnen Input John Law gilt als der Erfinder des Papiergeekapitalismus zur Zeit rund um des 14. Er hat die erste private Nationalbank gegründet die den Staat finanziert hat Frankreich war pleite und die Leute haben Großfressen auf der Wiesn das überliefern die Historiker ob sie jetzt Großfressen auf der Wiesn oder wenn wir nach Grieben anschauen die Differenz die Unterschied ist sehr klein also das heißt wir leben in ähnlichen Zeiten und wir wissen das alle seit Jahrhunderten und die Frage ist ob nicht die Menschen wir uns aufrafen können eben so wie der Che Guevara bei Ungerechtigkeit immer dagegen zu halten solange wir das selber nicht dagegen halten wird der Ball weit an die Wand gefahren werden was dann bis dann endet denken Sie an 1929 so wird es dann auch enden denken Sie an die Depression so wird es dann auch enden wenn wir es diesmal nicht schaffen das muss man sagen das muss man sagen das muss man sagen was ist passiert die Banken haben gesagt wir können das nicht aus bezahlen das Geld ist nicht da und ja wo ist denn das in den Sohnstedt in den Staatsanleiten in den Büchern in den Machen in den Staatsanleiten etc. 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 das ist ein das ist ein das ist ein Glaubenskopf das ist ein Glaubenskopf das ist ein Glaubenskopf ich glaube es ist langsam Zeit dass die nächste Frage kommen wie ich das so anschaue es ist nicht wie man es sagt es heißt Österreich ist kein Insel aber wenn man sich das anschaut wenn man die Geldwirtschaft jetzt wieder verstaatet was ist dann mit dem Massenhandel wir kriegen ja nichts mehr weil unser Geld was wir im Land gibt wird dann nichts mehr sein Nein Geld erzeugt heißt ja nicht dass man random einfach nur die Pressrennen lasst bis jeder die Wohnung da beziehen kann mit Geldschein sondern schon nach Bedarf und unter das Geld produziert das für eine Welt ist wie die GIF und ein ein Geld das für das es nachweislich Klubwort gibt ist sehr also auf jeden Fall ist weniger wertlos was die Einzige sagt ist da kaufe ich Staatsanleit und zwar ich tippe in Brüssel schiebe Nuller vor eine und da sage ich bis du mir das schuldig und mir das zahlen wird wo wissen wir nicht also Was geben wir das auch als für Sölde die dann in Mönchsberg haben und das nächste Mal in Papazinerberg oder wie lacht das dann die werden unser Geld wenn es nur im Land gibt nicht akzeptieren das war jetzt die Frage jetzt nicht ganz verstanden Ja die Diskussion war ja dass die Staaten die Geldwirtschaft wieder verstaatlichen ja da gibt es ja keine gemeinsame Währung mehr hat jeder Staat seine Währung ja so ist das mit der Deckung mit internationalem Handel also soweit es TTIP geht auf eine Währungsunion mit dem USA jemand redet und dann geht es um Haus wiedersehen ah vielleicht schauen Sie die Antwort ist ganz einfach was war bis 1999 was war bis 1999 gerne ein bitte schauen was war bis 1999 es hat die italienische Vierer gegeben und spanischen Peser es hat die Brachten gegeben es hat die Corona gegeben in Kroatien was auch immer und ist es in Dollar sorry ist es den Menschen schlechter gegangen hat es 50% jubeltarbeitslosigkeit gegeben natürlich nicht weil eben durch den Kurs sie den Wert anpassen konnten und wenn man das zurückgeht dann haben sie Sovereign Money dann haben sie das Geld das jeder Staat für sich erzeugt ob es dann entschieden heißt also ich wäre für Kürbiskerne weil ich Steirer bin ja das ist vollkommen wurscht das heißt das was wir da wären wenn die große Lüge ist dass ihnen die Unfrage steht und die Leute hängen so an dem Ei weil die Menschen ist es wurscht sie wollen zahlen sie wollen leben sie wollen Urlaub fahren sie wollen sie Geld kaufen oder whatever mit welcher mit welcher mit welcher mit welcher mit welcher gut Geld ist es egal und vielleicht noch eine Lösung die vielleicht zu kurz gekommen ist und nicht an gedacht habe ist das Geld auf regionaler Ebene entsteht also nehmen sie hier nur das Beispiel Altür nicht sehr gebeutelt von Lawinenunglücken das überspeigt jedes Budget einer kleinen Gemeinde jetzt wenn eine kleine Gemeinde sollte brauchen oder das Geld Lawinen vorbauen Alter sein Ferse Bildung Kindergärten ja dann sollen sie sagen wieviel sie brauchen und dann soll sie das Geld einfach bezahlen dann brauchen sie zur Bank gehen Schuldenaufrägen und Zinsenzäule über die Steier und dann müssen sie Lawinen verbauen haben wenn die Lawinen verbauen heuer und nächstes Jahr 10 Millionen kostet im dritten Jahr sie fertig gebaut dann brauchen sie 10 Millionen weniger es ist nicht gedacht es ist nicht gedacht dass jeder Bürgermeister seien sonst auch die mit 5. Erwahrung über die 6. Erwahrung oder die 6. Erwahrung oder die 6. Erwahrung oder die 6. Erwahrung oder die 6. Erwahrung davon ist es nicht gedacht aber es soll so sein demokratisch bestimmt dass keine Arbeit entsteht dass alle Menschen sich an der Gesellschaft und an Wohlfahrtsentwicklung beteiligen können und das ist eine Diskussion die heute geführt werden ist Was? Was? Was denke ich um 3 Stühle für den genannten? Ja, in 1. So, ok ich glaube wir sind am Ende Danke Silvia, noch einmal Also, liebe Silvia herzlichen Dank dass du das veranstaltet hast und dass du es vorhergebracht hast es war uns eine Freude heute hier zu sein besten Dank Danke Applaus wir wollen da dann bis in untertitel der Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018